Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zelda Perf of the Wild mit mir dem Poterzo. Und heute wir gucken noch weiter ein bisschen hier. Das hier so, wollen hier hinten hingehen. Mal gucken, vielleicht auch mal hier noch hingehen, also so hier hinten, einfach mal ein bisschen rumschauen. Ne, hier wollte ich nicht hin, aber auch wieder interessant zu sehen, wie ich gegangen bin. Ja, hier bin ich mal gestorben, auch schön. Ja, ja. Ulriberg. Ne, ich bin einfach nur weg hier, so. Gut, auf jeden Fall. Hier ist, denke ich, mal gerade ein guter Platz, die Sache auszuprobieren, die ich euch zeigen wollte, und zwar... Geht das nicht? Geht das nicht? Ich dachte... Ich dachte, das ginge. Vielleicht, ich guck mal kurz was. Unomento! Okay. Am normalen Controller sieht man... Warte mal, soll ich guck mal kurz was? Äh, nee, hier hat ein System. Aktionen. Achso, ja. Okay. Was wollte ich machen? Ich wollte eigentlich ein Amiibo draufsetzen. Also, den Wolf-Link-Amiibo. Oder muss es hier vorne ran? Auch nicht. Ja, ich spiele mit dem normalen Pro Controller. Und der kann das nicht erfassen. Da steht hier irgendwo noch Amiibo-Faktion. Nein. Irgendwie habe ich jetzt so ein Play-Splatoon-2 gemacht. Das habe ich doch auch mit dem Controller gemacht. Das ist ja wieder mal gemein. Vielleicht irgendwie. Ich könnte schnell meine Kanzul... Äh, die Switch rausziehen. Aber das will ich jetzt auch nicht. Ähm... Okay. 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 Okay, dann stelle ich ihn wieder zur Seite. Dann gehen wir einfach ohne ihn weiter. Ist... War jetzt schade. Aber werde ich mich nochmal informieren. Ähm... Ob das... Hier hätte ich mich auch mal vorher informieren können, ne? Aber nein. Der Puterhazoo kann ja nicht warten. Ach, Mensch. Und Topala. Und es regnet mal wieder. Ist das nicht toll? So. Jawohl. Rennt mal wieder. Rennt mal lieber weg. Ich meine, es war ein Luxuswild erhalten. Sehr schön. Sehr schön. Lohnt es sich eigentlich an der Küste langzulaufen? Eher weniger. Was ist denn das? So, dann kriegt man es mir nochmal an. Sekt in der Glutgrille. Äh, Glutlibelle. So rum, nicht Glut. Da ist auch gleich schon der Stein. Den wir brauchen. Und setzen den hier an die fehlende Reisstellung. Ja, ha, ha. Du musst mich entdecken. Tschüss. Wir haben 69. Ja, wisst ihr, was das bedeutet? Nicht nur... Ne? Und so, sondern dass wir auch sehr viel haben. Das sieht irgendwie aus, als wäre hier was. Aber hier ist nichts. Was ist das da? Ach so, das ist dieser Flamme, ne? Genau, wenn wir diesem Pfad folgen, müssten wir ja dann zu so einem Leuchtturm kommen. Wenn wir sie sehen, vielleicht kommen wir da auch diesen Pfad an. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt mal gucke... Warte mal. Ich muss doch irgendwo noch ein Strahl nach oben gehen. Da hinten ist noch ein Schrein. Ähm. Da ist doch schon... Ich bin mal bis... Sehr gut. Ich will mal ein bisschen doch ein bisschen mehr einsammeln. Aufgrund, weil uns ja jetzt schon Items fehlen. Für die Verbesserung unserer Rüstungen. Boah. Regen ist so kacke. Das ist ne Fehl. Das ist ne Fehl. Da ist die Dreher. Ja, ja. Das ist aber auch nur im Gewittern, ne? Was stört? Du, die Axt stört. Ne, war hier. Die hier. Das sollte es eigentlich... Das geht halt nicht. Das hat mich schon eingeschlagen. Oh, 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 oh. Ich dachte, die Unwärter fahrsamer besiegt. Ja, wir sind ja aber hier auch irgendwo. Ost. Südosten. Ne, Nordosten. Ne, so. Ähm. Weißt du, wirst du noch, wo ich am Anfang versucht habe, die Luftwaffe zu besiegen und ihn beinahe besiegt habe, sogar? Ja. Das waren noch Zeiten. Aber ich mach trotzdem noch einen großen Bogen und was für ihn. Wobei ich es an sich eigentlich bestimmt schaffen würde. So, das kriegt man jetzt hier. Das ist ganz toll. Das ist ein Edelwild. Oh, Tja, brauche ich ja jetzt nicht. Das ist bestimmter umgebaute Leuchtturm. Da kriegen wir wahrscheinlich eh nicht mehr. So, guck mal kurz, ob wir hier jetzt mehr, ob wir hier irgendwas sehen. Ne, hier ist aber nichts. Guck mal, hier ist das Labyrinthartige Ding. Auf jeden Fall ist da ein Schrein. Will ich erst ins Labyrinth? Ich glaube, ich will das erst mal ins Labyrinth, wobei ich Angst habe. Ne, ich will erst mal da rein, weil... Das hat ja super viel Schaden gemacht. Naja. Nehme einfach mal Fuchsi, Fuchsi, Duxi mit. Ackerleinstitut. Da haben wir es dann auch endlich mal gefunden. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Komm, ihr musst es doch hier... Hier, du hast noch was, oder? Warum habt ihr ja nichts mehr? Warum wackelt ihr? Da war ein Holzfeld drin. Warte mal, habe ich mich beschwert, dass wir nicht ins Fenster reingucken können? Wir können ins Fenster reingucken. Hier ist die Lampe. Die Musik, die ist auf jeden Fall ziemlich strange. Naja, ich würde sagen, gehen wir einfach mal hinein in die Gutsstube. Hi. Für tun und hart Hey, du! Was machst du hier? Wir haben mal eine Fackel. Robelos Mamoiren. Hundert Jahre ist es her. Scheiße, warte mal. Ja, 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 komm, komm. Ich will nochmal anfangen. Hundert Jahre ist es nun her. Prinzessin Zelda war gerade von der Verherrung Gannon verstuckt worden. Zusammen mit Fräulein Pura hatte ich Link im Schrein des Lebens zur Ruhe gelegt. Pura und ich ließen im Paar Leinen Kriko zurück. Wenn wir alle drei im Dorf geblieben wären, hätte die Gefahr bestanden, dass Gannon uns alle auf einen Schlag auslöscht. Dann hätte niemand mehr Zelda's Worte an Link weitergeben können, wenn dieser eines Tages erwacht. Es war eine Fügung des Schicksals, dass wir in Nekluda und in Akala vollkommen antike Energie entdeckten. An diesen Orten können wir auch außerhalb vom Schloss Hyrule weiter erforschen, wie man Gannon versiegeln kann. Ein Schere-Stein-Papier-Spiel mit Fräulein Pura entschied, dass ich mich in Akala niederlesen würde. Ich war bereit, nach Akala zu ziehen. Doch zuerst brachte ich Fräulein Pura zur antiken Energiequelle in Nekluda. Sie hatte herumgewängelt, dass ich sie doch nicht ganz allein durch Halb Hyrule reisen lassen könnte. Schon klug, wenn nur dieser kindische Trotz nicht wäre. Ich würde sie ohne zu zögern zur perfekten Frau erklären. Doch kehren wir von dieser persönlichen Betrachtung zum großen Ganzen zurück. Wir luden also ihren Leitstein, den wir in Schloss Hyrule genutzt hatten, auf den Wagen. Wir vereinbarten mit Impa ein Wiedersehen und sagten Kakariko fürs erste Adieu. Wir überquerten die Narisha-Höhen in südlicher Richtung und setzten über den Kallia-See. Nachdem wir die Bakar-Nara-Ebene hinter uns gelassen haben, erblickten wir sie, die Hateno-Festung. Dort war Link im Kampf gegen die Armee von Wächtern gefallen. König Roham hatte von seinem Schwertkünsten erfahren und ihm zu Prinzessin Zell das Leibwächter ernannt. Doch angesichts einer solcher Anzahl von Wächtern konnte auch er dieser sagenhafte Kämpfer nichts ausrichten. Verzeih mir, Link. Als größter Experte auf diesem Gebiet der Wächterforschung hätte ich all dies vielleicht verhindern können, wenn ich ihm nur eine geeignete Waffe zur Bekämpfung der Wächter zur Verfügung gestellt hätte. Dieser Gedanke ging mir durch den Kopf, während wir vor den unzähligen zerstörten Wächtern standen. Während ich auf dieser Weise von meinen Gefühlen übermannet wurde, verlor ich Fräulein Pura aus den Augen. Doch von ihr war der restliche Weg nach Atheno vergleichsweise sicher. Die ganze Region war von der Großwährung überwiegend verschont geblieben. So beschloss ich Fräulein Pura allein weiterziehen zu lassen. Ein Abschied ohne Worte. Ich wiederum lenke meine Schritte zurück nach Kakariko. Nachdem ich mich so von Fräulein Pura getrennt hatte, war es Zeit für mich nach Akala zu ziehen. Nachdem ich in Kakariko den verbliebenen Leitstein auf den Wagen geladen hatte, brach ich auf. Ich ließ die Hiss und den Tränenpfad hinter mir und überquerte schließlich die Brücke von Akala. In diesem Meer aus roten Blättern überwand ich den Alpapas und zog im Ältrakessel nach Nuran. Akala ist bekannt dafür, dass es dort so gut wie gar nichts gibt. Und in diesem Fall war ich froh darum. Ein paar vereinzelte Wächter griffen mich unterwegs an. Aber als Profi konnte ich den Handumdrehen deaktivieren. Schließlich erreichte ich den Leuchtturm von Akala, wo ich den Leitstein abblut. Um die Bewegungen der Monster im Auge zu behalten, gab es keinen geeigneteren Ort als einen Leuchtturm. Ich beschloss mich hier einzurichten. So setzte ich also endlich in süßer Einsamkeit meine Forschung fort. Für den Tag, an dem Link erwachen würde, wollte ich alles über antike Ausrüstung wissen, was es zu wissen gab. Von welcher Platon die blauen Flammen holen, Materialien einschmelzen, antike Ausrüstung schmieden. Ich schuftete von morgen bis abends und ein Tag glich dem nächsten, ohne dass ich große Fortschritte machte. Da kam ich auf eine Idee. Ich würde die Verarbeitungsprozesse der Materialien automatisieren. Sofort machte ich mich daran, den Leitstein ab umzubauen. Wenn man antike Materialien hineingeben würde, er diese automatisch verarbeiten. Ich tauchte diese Maschine auf den Namen meiner ersten Liebe, Cherry. Man würde Cherry antike Materialien überreichen und dafür antike Ausrüstung bekommen. Eine geniale Idee. Nach einigen Jahren harter Arbeit war aus dem Leitstein meine Cherry geworden. Doch auch nach diesem Triumph konnte ich schlecht meine Hände in den Schoß legen. Sie konnte nur Materialien verarbeiten, aber dann nicht direkt antike Ausrüstung daraus herstellen. Und wo ich schon einmal dabei war, wäre es nicht schön, wenn Cherry sprechen könnte. Vielleicht war es der Wahnsinn der Abgeschiedenheit, der mich auf diese seltsame Idee brachte. Die automatische Fertigung von antiker Ausrüstung sollte sich als ein so gut wie unlösbares Problem hier raus. Ich verlor ganze Jahrzehnte mit der Arbeit an diesem Projekt. Meine Fehler sind zu zahlreich, um sie zu benennen. So musste ich die Verbesserung von Cherry vorerst aufgeben. Eines Tages, ich war schon über 90 Jahre alt, stand eine junge Frau vor meiner Tür. Ihr Name war Jerry. Nachdem sie bei Fräulein Pura in die Lehre gegangen war, hatte Impa sie zu mir geschickt. Sie stellte sich als überaus fähige Assistentin heraus. Sie brachte zuverlässig die blauen Flammen von Welke Plateau hierher, überarbeitete Cherries Baupläne. Allein, dass sie ohne Begleitung von Kakariko durch Akala gekommen war, überzeugte ihre Fähigkeiten. Wir wohnten lange dort zusammen und eines Tages nahm ich sie zur Frau. Durch Cherries Hilfe lernte Cherry, antike Ausrüstung herzustellen und zu sprechen. Sie überwandte die Grenzen einer Maschine und führte bald intelligente Konversationen als die meisten Liliane. Wenn man sie mit einem Morgen grüßt, erwiderte sie, Einen schönen guten Morgen, mein Herr und Meister. Fragte man sie, wo man ein bestimmtes Buch abgestellt hat, konnte sie genaue Position im Regal benennen. Bisweile bat sie ganz höflich, könnt ihr bitte das Feuer der Feuerschale ein wenig einfacher her? Das hieß, ich musste jedes Mal die blauen Flamme vom Welke Plateau holen. Aber natürlich tat ich das auch gern. Wer könnte nicht von Cherry ganz verzaubert sein? Wenn sie mit solcher Leibenswürdigkeit sprach. Doch es gab niemanden, der sich mehr und mehr daran störte. Und das war Cherry, meine Frau. Meine Unterhaltung mit Cherry beobachtete sie zunehmend mit Eifersucht. Es quälte sie, dass ihr Mann so freundschaftlich mit einer anderen Frau umging, dass ihre Rivalin nur eine Maschine war, spielte dabei keine Rolle. Erst als sie mir mit Tränen in den Augen ihre Eifersucht zum Ausdruck brachte, verstand ich, was los war. Cherry hatte Cherry zum Großteil selbst konstruiert, doch nun brachte ihre Kreatur ihr Kummer. Ich beschloss Cherry die Worte, die ihr Cherry verliehen hatte, wiederzunehmen. So sollte primitiv sprechen wie zuvor. So löschte ich also den entsprechenden Teil des Speichers in Cherrys künstlichen Gehirn. Jedes Mal, wenn der Name Cherry ausbrach, trübte sich Cherrys Laune. Folglich verbot ich mir ganz, Cherry in den Mund zu nehmen und Ernson die Bezeichnung Schicker Ofen. Kurze Zeit später brachte Cherryn einen gesunden Jungen zur Welt, der sehr nach seiner Mutter kam. Wir nannten ihn Kratian und lebten zu dritt, unsere Maschinen nicht mitgezählt, hier im Ackerlein-Institut. Inmitten des berüchtigten Friedens, den Prinzessin Zelda uns mit ihrem Kampf gegen die Verhörung erkauft hatte. Als Garantie an die drei Jahre alt war, achso als Kratian an die drei Jahre alt war, erreichte uns unerwartet ein Brief von Fräulein Pura. Sie teilte mir mit, dass sie einen Weg gefunden habe, das Stasis-Modul und auch die übrigen Module zu verbessern. Seit unserer Abschied an der Hateno-Festung hatte ich sie nicht mehr gesehen. Jahrzehnte waren vergangen. Ich erinnere mich daran, dass sie in ihrem letzten Brief von einem Assistenten berichtet hatte. Dieser war aus Kakariko zu ihr geschickt worden, doch sie bezeichnete ihn als absolut nutzlos. Auch ich hatte keine Zeit, in Frieden vor mich hinzuleben. Ich musste die Erforschung antiker Ausrüstung vorantreiben. Wie gemein, der ist überhaupt nicht schnutzig gewesen. Kratian schoss wie ein Pilz in die Höhe, bis er schließlich ein stattlicher Bursche war, der mich überragte. Beim Tragen der blauen Flamme vom Welke-Plateau zum Institut stellte er sich überaus geschickt an. So schlug ich ihm vor, er soll auf eine Reise durch das ganze Land gehen, um seine Fähigkeiten weiter auszubilden. Kratian war immer sehr eigenständig gewesen. Dennoch war ich erstaunt, als er noch am selben Tag aufbrach. Einige Tage zuvor hatte ich bei Fräulein Pura angefragt, ob ich nicht Kratian als Lehrling zu ihr senden könnte. Zurück kam ein Brief, der nur mit einem Satz stand. Schick niemanden hierher. Ich frage mich, was sie wohl zu dieser Antwort veranlasst hat. Als Kratian an die drei Jahre alt war. Das haben wir doch schon, oder? Oder ging nur noch zurück? Okay. Da haben wir ja ganz viel Krat gelesen. Da haben wir ja ganz viel Kratian. Da haben wir ja ganz viel Kratian. Einenните können meine ta pinchieren. bad mich, weil es mir nicht schon und von uns ist. Hört aufgeben��도 kein Kratian anziehen. Vielen Dank.